Der wohl bekannteste Pilger in Norwegen ist der verschieden genannte Bergmann-Pilger, Norwegh-Pilger, Svensk-Pilger, egal in welcher Namensgebung dieser Pilger genannt wird, er wird einfach auch von den Norwegern gefischt. Warum er so fängig ist, kann man daran erkennen, dass dieser Pilger eine leichte Bananenform hat. Durch diese Bananenform beginnt er ab einer gewissen Wassertiefe in eine Schräglage zu kommen und über das Dreieck, was sich hier vorne zeigt, fängt er an zu pendeln. Ähnlich wie beim Angeln mit Blinker hat also jetzt hier auch dieser Pilger beim Absinken einen Pendellauf, wird dadurch langsamer und kann daher sehr gut von Fischen attackiert werden und im Absinken, wenn er denn nicht zu schnell nach unten stößt, auch genommen werden und als Beute erkannt werden. Nehmen wir uns also mal diesen Pilger und tunen ihn ein wenig. Wir können ihn also tunen, indem wir einen Haken, so wie hier, mit einem zusätzlichen Oktopussy bestücken, sodass also über den Haken noch übergestülpt wird ein solcher Oktopussy. Übrigens die Hakengrößen, die hier verwandt werden, sind 8-0er oder 10-0er Haken. Man sollte also nicht mit zu kleinen Haken angeln. Die Fische, die wir hier erwarten, sind doch erheblich größer und nehmen solche Haken ohne Probleme auf. Wie man aber diesen Bergmann-Pilger für mich am interessantesten gestaltet, neben dem Oktopussy hier unten, ist ein zusätzlicher Gummimack. Dieser Gummimack, eben in Rot oder Schwarz, wird hier also an den jeweiligen oberen Sprengring eingehängt. Das Entscheidende ist, dass ich den Lauf des Pilgers nicht beeinflusse. Ich muss also den Gummimack von der Vorderseite installieren, nämlich da, wo dieser Pilger seine Dreiecksform nach vorne zeigt. Indem ich also einen Sprengring erstmal an den Gummimack befestige und jetzt kommt dieser Sprengring in diesen Sprengring rein. Das mache ich mit einer sogenannten Sprengringzange, so dass ich das mit dieser Sprengringzange wunderbar aufbiegen kann. Jetzt setze ich den Sprengring hier an, kann die Sprengringzange wieder lösen und drehe jetzt den Sprengring auf, den anderen Sprengring auf. Jetzt hängt also dieser zusätzliche Gummimack an dem zweiten Sprengring und, wie man gut erkennen kann, zur Vorderseite des Pilgers. Die Bewegung des Pilgers ist jetzt also im Pendellauf so. Zwei Reizfaktoren, der silberne Bauch und eben der zusätzliche Gummimack, führen dazu, dass ich sehr viele Bisse auf diesen Pilger bekomme. Das also hier zum Tunen meiner Pilger.